Zu Beginn der neuen Woche feiert der Winter ein kurzes und doch eher bescheidenes Comeback oben auf den Bergen. Im Flachland hingegen, da geht in Sachen Winter so gut wie gar nichts. Aber ein paar Flocken werden die Bergwelten abkriegen. Aber danach, Mitte der kommenden Woche, heißt es beim Schnee dann schon wieder wie gewonnen, so zerronnen. Hört nur kurz halten der Winter an der Rückseite von Tiefdrucksystemen. Tiefer Luftdruck über der Nordsee und an der Rückseite der Tiefströmt über Island. Gerade mal Montag und Dienstag vorüber geht ein bisschen kühlere Luft zu uns. Aber danach geht es mit der Temperatur schon wieder relativ entschlossen bergauf. Zunächst der Blick auf den Samstag. Da liegen wir im warmen Sektor eines Tiefs hinter der Warmfront, die im Norden noch teilweise Tropfen bringt. Es wird aber im Laufe des Tages dort ein bisschen trockener. Und dann setzt sich die Sonne vielerorts gut durch. Einzig am Bohnensee, an der Donau und an der Nab kann es teilweise den ganzen Tag trüb bleiben. Durch den Nebel, Hochnebelfelder sind auch teilweise vorhanden. Aber abseits davon setzt sich die Sonne so richtig gut durch. Bei frühlingshaften Temperaturen von 10 bis 15 Grad in den Nebelzonen ist es ein bisschen kühler. Und auch im Norden teilweise einstellige Maxima. Aber auf jeden Fall viel zu warm für die Jahreszeit. In der Nacht zur Sonntag und am Sonntag selbst zieht dann von Westen dann teilweise Regen durch. Dann kann es mal vorüber gehen, zumindest ein bisschen nasser werden. Höchsttemperaturen dann unter Anführungszeichen nur noch zwischen 9 und 12 Grad. Am Montag wird es dann kälter. Dann gibt es tatsächlich einen Hauch von Winter, zumindest in der Bergwelt. Mittelgebirge, Hochgebirgslagen kriegen ein bisschen Schnee ab. Im Westen eventuell sogar mal ein kurzes Gewitter mit Graupel. Dann gibt es den gefrorenen und pyramidenförmigen Niederschlag möglicherweise auch im Westen. Ansonsten nichts Weißes von oben. Und Temperaturen für die meisten dann im einstelligen Bereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017